Einige Monate nach jenem Tag, als sie sie zum Busbahnhof brachten, sagte einmal plötzlich, weißt du, es gibt keinen Tag, an dem ich mich nicht an die Busfahrt am Tag der Einberufung erinnere. Das war so schrecklich. Ich begreife nicht, wieso ich nicht auf halber Strecke ausgestiegen bin. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Haben sie ihre Probleme auf die leichte Schulter genommen? Denn als sie dachten, sie habe sich in der Armee eingelebt, hatten sie sich an ihre Abwesenheit gewöhnt, an ihr leeres Zimmer, ihr leeres Bett, das sich als bequemer Zufluchtsort erwies. Und bevor sie sich eingelebt hatte, schimpften sie ab und zu mit ihr wegen ihrer übertriebenen Klagen. Ihr glaubt nicht, wie schlimm es hier ist, das reinste Warschauer Ghetto, weinte sie während der Grundausbildung eines Abends am Telefon. Und Iris konnte sich nicht beherrschen und schimpfte. Schämst du dich denn nicht für diesen Vergleich? Ich bin nicht bereit, mir so etwas anzuhören. Du bist entweder ahnungslos oder verwöhnt, oder beides. Und Micky fügte in seinem didaktischen Ton sanft hinzu, du dienst doch in der Armee, damit es keine Wiederholung des Warschauer Gettos gibt. Und Alma stieß ein bitteres Lachen aus. Verlasst euch nicht auf mich, ich schaffe es kaum, ein Gewehr zu halten, es ist größer als ich. Jeder tut so viel, er kann, sagte Micky. Micky, halte durch einmal, gib nicht auf. Und sie gab zwar nicht auf, aber irgendwie gaben sie sie auf. Und als sie sich angeblich aufraffte, fragten sie sich nicht mehr, was ihr eigentlich so schwer gefallen war. Ob es die physischen Belastungen waren oder der Abschied von zu Hause, von der Kindheit, der ihr auch heute noch schwer fällt. Tatsache ist doch, dass sie einen Gefängniswärter braucht, der sie an Händen und Füßen fesselt, damit sie nicht mehr nach Hause fahren kann. Der zwischen ihr und ihren Eltern eine Wand aufgebaut hat und ihr verbietet, sie zu treffen und sogar auf ihre SMS zu antworten. Sie erinnert sich jetzt an einen Abend, an dem Almas Problem besonders scharf und konkret hervortrat, so scharf und konkret wie Alma selbst ist. Es hat sie damals verwirrt, aber nach einigen Tagen vergaß sie es. An einem Wochenende fuhren sie zu ihr, und weil die Basis, in der sie zur Spezialistin für Tracking-Systeme ausgebildet wurde, sehr weit entfernt war, mieteten sie sich für eine Nacht in der Familienunterkunft ein, und Alma empfing sie mit zerbrechlicher Freude. Aber die Freude hielt nicht lange an. Denn obwohl sie selbst um diesen Besuch gebeten hatte, spürten sie schon vor dem Abendessen, dass ihr Alma eine Last waren. Und Iris versuchte, wie sie es immer tat, die Stimmung in der Familie zu verbessern und holte aus der Kühltasche mit gespielter Heiterkeit die Gerichte, die sie in der letzten Nacht mühsam vorbereitet hatte, Maisauflauf, Nudelsalat, Spinattaschen, Linsensalat, Chalverkuchen. Sie deckte den Plastiktisch im Hof mit Geschirr, Gläsern und Besteck, sie war stolz auf sich, weil sie nichts vergessen hatte. Aber vielleicht fehlte ausgerechnet das Wichtigste. An jenem Abend hatten sie die Vorstellung einer Familie. Mutter, Vater, Sohn und Tochter sitzen um den Tisch, als wären sie zu Hause. Aber sie waren nicht zu Hause. Sie waren in einer Militärbasis, in der ihre Tochter ausgebildet wurde. Sie waren für eine kurze Zeit Gäste. Nur Gäste. Und deshalb gab es zwischen Alma und ihnen eine schmerzhafte Kluft, auch als sie gemeinsam aßen, und besonders, als sie sich hinlegen wollten. Iris war müde, nachdem sie die halbe Nacht gekocht hatte, und Micky war müde nach der langen Fahrt, und sie machten sich und das Zimmer für die Nacht fertig. Aber Alma blieb sitzen, obwohl sie in die Kaserne zurückkehren sollte. »Magst du bei uns schlafen?«, bot sie ihr an. Und Alma sagte, »Ich weiß nicht, gibt es hier einen Platz für mich?« Und Iris zog ein Klappbett unter ihrem Bett hervor. Auf dem Klappbett auf Mickys Seite schlief Omea schon tief und fest. Und Alma stand unentschlossen herum, bis sie sagte, »Egal, ich gehe in die Kaserne.« Aber sie ging nicht. Sie blieb in der Tür stehen, sah ihrer Mutter zu, wie sie sich auszog, und dann sagte sie wieder, »Also, ich gehe jetzt.« Doch stattdessen setzte sie sich neben dem Plastiktisch auf den Rasen, und Iris ging in ihrem dünnen Nachthemd nach draußen. »Hast du Kummer?«, fragte sie, »Magst du mit mir noch über etwas sprechen?« Und Alma sagte, »Wir können miteinander sprechen, wenn du Lust hast.« Und Iris stellte einige Fragen, die kurz beantwortet wurden, über die Ausbildung, über ihre Freundinnen, über die Position, für die sie vorgesehen war. Und als sie merkte, dass ihre Tochter keine Lust auf ein Gespräch hatte, sagte sie mit einem entschuldigenden Lächeln, »Ich bin schrecklich müde.« Und Alma sagte schnell, »Dann geh schlafen, Mama.« Und sie fragte, »Aber was ist mit dir? Bist du nicht müde?« Und Alma sagte, »Doch, ich bin müde.« Aber ihre Worte blieben folgenlos in der Luft hängen.